ich sag jetzt auch hallo an die zuschauer aus youtube land hast du ja okay auch mit dazu geholt habe willkommen bei der heutigen folge von hand showdown ich bin mit zwei alten männern unterwegs ihr hatte doch eben nicht beide den gleichen charakter ich mit zwei gleichen charakter hier stehen ihr habt total dasselbe an ihr habt eine andere waffen in der hand also eben nicht so da wird nicht bekloppt der eine hat eine krawatte an der andere nicht das ist eigentlich so unterschied und der eine hat ein bisschen mehr bad als andere ich bin mal als erster nicht sondern nicht nicht sind hier in der hütte hier rechts und geradeaus super, hier geht es nicht rüber warst du das? ich habe einen dicken fetten gesprengt was soll das? habt ihr Geld auf dem Boden? ne ich suche es noch das scheint hier hinter noch zu sein was kommt man denn hier raus? ja da müssen wir über die Leiter wahrscheinlich noch da ja ich hab's da hat sich hier die Nacki da ok, Tachter aktualisiert also wir haben nur noch zwei Ziele die Möglichkeit ist sehr nah da ist der nächste Clou ok 50 50 Chance wo jetzt der Boss ist also ich hab wieder äh diese sticky dabei ne ja du brauchst ok das scheint ja die Spiele zu werden hm aber hier habe ich gerade Schüsse gehört schon vor uns ja links von uns ich hab auch was klappern gehört die scheinen in der Nähe zu sein also hier drin ist auf jeden Fall ja hier drin sind die die machen schon den Boss Gegner oben im Dach oh scheiße ich hab die da Fenster ja die sind beide da oben drin müssen wir jetzt aufpassen Schritte von links ich glaub hier ist noch ein zweites Team ich bin mir aber nicht sicher das Hunde haben mich wahrscheinlich verraten ich meine ich höre noch Schritte von links von den Häuser Richtung ich hab jetzt einen gewechselt nein hab ich tot den hätt ich jetzt auch gehabt ja ja hit hit oh hat mich getroffen ich seh den dritten nicht ich bin leider von unten angegriffen worden ja heil dich so oben die zwei sind definitiv tot ich weiß nicht wo der dritte schießt also gerade hat einer ja noch mit der Spindel gekämpft wahrscheinlich ist er dann unten und ich meine ich hätte hier vorne was im Heu gesehen aber kann auch die Spindel gewesen sein wer schießt denn da? ich da läuft was da kommt auf dich zu Ronny ich sehe nichts ja ich sehe nichts ja rechts von uns ist noch was sind auf jeden Fall zwei hier ich höre was über Matsch laufen aber ja ja das ist hier hinter dem Zaun ich sehe leider nichts das sind zwei da hinten läuft auch noch was da oben ich sehe haben ihn gesehen da oben haben ihn getroffen flüchtet ist da unten wer ist das? Mathe scheiße fuck auf dem Dach ist er wieder ja ich sehe ihn aber ich kriege ihn noch nicht das ist dann Mathe das ah ne das war es auch so ich habe geschossen oder nein das war Mathe ja aber einer liegt links von dir die könnten dich umbringen jetzt ja jetzt läufts grad rechts ich kann nichts dafür ich habe den auf dem Dach oben da ja wir sind tot deswegen ich denke nicht dass du soweit schießen kannst ich habe ihn ja schon getroffen ich habe ihn getroffen ah jetzt jetzt ist er tot der ist genau links von dir guck jetzt bloß nach links du scheiße oh man ich war gerade die Waffe nach handladen oh man schade du kannst das doch abbrechen ich weiß grad nicht wie aber muss mal gucken man kann auch irgendwie laden abbrechen user entered your channel ja 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 du bist leider genau im falschen moment gestorben einen habe ich noch erwischt von denen aber dann ist einer von links gekommen alea hat das vorher erwischt und deswegen und anschließend dich auch ja der vom dach hatte gemerkt wo ich bin ja ich habe den 200 noch danach getötet aber es das soll ich ja machen wenn mein internet weg geht auf einmal machen ne kannst nichts dafür es ist halb so war einfach ein scheiß timing das ist einfach so manchmal steckt man nicht drin du bist mich gerade richtig an das glaube ich wir hätten nur noch den einen von links hätte ich kriegen müssen aber ähm ja der kam genau im falschen moment da war ich gerade die Pistole nachanladen ich werde den router jetzt erst neu starten das geht mir doch um den sack hier ey den ganzen tag liegt der router wieder einwandfrei heute morgen hat der rum gespackt und jetzt kommt das gleiche wieder oder was ich habe die Hanfbombe freigeschaltet jetzt habe ich auch eine ja zwei Jäger haben wir getötet wie gesagt ich bin gleich wieder da der router startet neu alles klar ja schade für den charakter das war jetzt ach bei mir war er nur auf 16 8 das war jetzt einfach Pech hallo und willkommen zurück bei wir sind ja diesmal nachts unterwegs und Mathis macht wieder Lärm im Dunkeln geht nicht und ich habe einen Schauschiss im Dunkeln nicht kannst du schade das war jetzt das war jetzt von der hütte büße links k k k Der nächste Hinweis ist in die Richtung. Also da wo die Füße waren. Mal gucken, was im Turm liegt. Muni? Muni. Toll. Achtung, Emulator hinter dir. Greif links. Ja, also die Richtung passt schon. Kann sein, dass die schon beim Boss sind nach den Schüssen. Ja. Hold on. Ja. Ja. Das war's, das war's. Na, wo müssen wir... Oh, der Boss ist direkt bei uns. Ja, wir wollen den Boss machen. Ja, tut mir leid. Oh, was war das? Wie wird das gerade gedonnert? Oh, taak. Wie war das? Wie war das schon? Oh, ähm. Was? Hau mal in der Nase. Aua! Hau mal. Hau mal. Ich bin ja blind. Ich habe keine Nerven brauchen, ey. Ich bin ja blind. Ich habe Feuer. Cool. Auf Wiedersehen! Okay äh, wo geht das noch einmal rein? das macht er doch schon noch komm, der ist fast dauernd ja, kann man auch noch heiß wo kann man die denn her? alle, ja, bitte hier ok, er ist dauernd kann wieder aufgehen ok, wir sind oben hier rennt schon jemand hier ist eine Falle davor ich lege auch ein paar Fallen jetzt da ist eine Bodenluke ich habe hier am Tor eine Falle hier ist eine Falle hier ist eine Bodenluke, hier können wir über den Boden rein da kannst du nur runter hier ist nur gesperrt du darfst sie auch leise bewegen hier ist ein Fenster, da können sie noch rein hier ist eine riech hier ist das eine ausgang ist ganz im norden oder ganz im westen im nordwesten könnt ihr euch aus das war es gleich schlimm ja so gute frage wissen ja nicht ob das zweite team da man ihren bändisch anfangen ja jetzt fangen sie an die frage wo wir hingehen oben rechts oder mittig ich würde ganz oben rechts also das ist weiter weg von denen als mittig ja 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 sehe ich genauso wir haben sie das nur zum bischen krach machen also wollte direkt nach ganz oben durch rennen ja nord ganz an orden genau das ist am unwahrscheinlichsten dass wir den anderen team begegnen bereit zum aufnehmen macht ihr weit da ist jemand ja über uns hier ist alles zu zwei teams sind bei uns auch das ist auch wieder scheiße dann noch so ein weiter weg eine schallgedämpfte waffe ich glaube da ist was auf dem dach explodiert ne unten aber ich glaube die schießen nicht auf uns ne die schießen auf das zweite team weil die denken dass das das bosteam ist über uns auf jeden fall dann lass doch mal schön ihr gutes zeug verpulvern dann Achtung, der Koffer ist oben. Achtung, die haben den anderen angezündet. Ja, die schießen immer noch. Wir sind nicht da. Was dann schon mal hier hochkommen soll. Die kommen nicht runter, das interessiert mich jetzt ein bisschen her. Drei Leute auf dem Dach. Ah, hier konnten Doro, glaube ich, runterspringen. Abwarten. Jetzt erstmal ruhig. Gucken, was da rauskommt. Hier ist einer. Ja. Hast du einen getötet oder was? Ja. Gut. Das andere Team ist auf dem Weg raus. Ja, klar. Die anderen sind leider bei uns. Da ist auf jeden Fall eine Spark. Der lebt nach jedem Schuss danach. Die sind direkt über uns, ne? Die würden das ja nicht machen, wenn es keinen Weg nach unten gäbe. Ja. Lassen wir uns ja erstmal gegen das andere Team da feiten. Ja. Wir holen gleich einfach die Reste. Ja. So kann man es auch nennen. Erstmal haben die gleich keine Mühe mehr. Das ist noch besser. Die könnten natürlich durch die Bodenluke in dem allgemeinen Verwirrung verschwinden. Ja, wir wissen aber nicht, wo die rausführt. Das stimmt wohl. Ich frage mich gerade, ob das nur zwei Teams sind oder vielleicht sogar drei. Keine Ahnung. Wir werden es wissen. Wir können ja noch zwei Team einziehen. Wir müssen raus. Da ist einer angeschossen, einer gestorben oder zwei gestorben. Ich habe ein Schrei gehört. Todesschrei. Hier vor meiner Tür. Ich denke, die wollten den dritten aufheben. Müsste ein Team weg sein. Wir schließen aber immer noch. Ob sie wissen, dass wir hier sitzen? Keine Ahnung. Wir bleiben erstmal ruhig. Naja, das Ding ist ja relativ gut zu verteidigen. Seitdem wir hätten was übersehen. Ruhig. Irgendwann haben die keine Munition mehr. Ja, die finden aber draußen welche. Ja, aber ich denke nur nicht, dass da oben so schnell Munition ist. Ich glaube, es liegt jeweils nur noch einer, glaube ich. Da heilt sich jemand. Aber der hat seine Maid wieder geholt. Kann sein. Die lag genau hier vor. Aber ich hatte kein Feuer. Ja. Ja, hat er. Da sind jetzt mehrere Schritte. Und sie schießen noch nicht mehr. Das heißt, sie haben ihre Kumpels, ihre Gegner gekillt. Ja. Schritte bei mir. Das Team ist über uns jetzt. Das sind die letzten. Ich habe kein anderes Team mehr gesehen. In der Saison. Ich habe keine Sicht. Vielleicht jetzt Bodenluke. Nee, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Hier ist wieder einer. Bitte. Hier ist die Tür aufgegangen. Ich habe den Kopf ausgestellt. Ich habe den Kopf geschützt. Ich bin los. hat mich hat mich am brennen alle ja vorsicht da kommen wir jetzt genau in der ecke wo ich bin ich weiß nicht warum wir so lange brauchen die schweizung zu stoppen doch nichts ist das dabei also sind immerhin noch in die falle treten sonst machte die mutung weg und jetzt braucht ihr drei stunden bis sie aufgehört hat oder was lächerlich naja schade das war jetzt keine gute runde mir reicht noch geärgert ja aber heute heute war nicht so der gute dingen dabei also waren sie am anfang er kann es auch nicht so sagen ja schon mal anfang war es spannend aber naja ich bin mit meiner leistung heute auf jeden fall nicht zufrieden auf jeden fall wie Teilmantel Munition, Pistole habe ich freigestaltet, das ist ja gar nicht mal schlecht. Jo, dann danke ich euch allen da draußen fürs Zuschauen und schreibt euch morgen wieder hin zur nächsten Folge von Hand Showdown, bis dann, tschüss. Ah ja, und noch einen Hinweis an eigener Sache, unten, vergesst den Button mit einem Auflösungswechsel nicht. Geht immer wieder mit, dass die Leute gucken, aber nicht merken, dass es 4K-Videos sind. Also von daher, nicht vergessen. Hoffentlich ist es am Ende. Tschüss.